Die Stadt Berlin ist darauf, bis er nicht eingegangen ist auf ein von vielen hunderten Menschen. Gemeinsam verfasster und unterschriebener Brief wurde von der Berliner Regierung nicht beantwortet. Wir haben hier in Berlin, so wie die Menschen, auf der ganzen Welt, das Recht, uns öffentliche Plätze zu nehmen, auf ihnen zu zelten und zu protestieren. Die wahre Demokratie entsteht auf den Straßen und Plätzen. Bleibt hier und verhaltet euch solidarisch. Wir haben in den letzten Wochen viele schöne Techniken. Viele schöne Techniken. Zweite Welle bitte. Entwickelt. Um uns miteinander zu unterhalten. Um uns miteinander zu unterhalten. Das ist das, was die Assemblea ist. Es gibt viele schöne Handzeichen, die uns die Kommunikation ermöglichen. Wer kann? Wer kann? Wer kann? Geh uns mal erklären! Geh uns mal erklären! Geh uns mal erklären! Das zweite Zeichen ist Ablehnung. Das dritte Zeichen ist ein Veto! Das heißt, ich kann damit überhaupt nicht leben. Wenn ihr euch so entscheidet, gehe ich nach Hause. Das vierte Zeichen bedeutet, du wiederholst dich. Das heißt nicht, halt die Klappe. Das heißt, ich habe dich verstanden. Das sind die vier grundlegenden Zeichen. Es fehlen noch zwei sehr wichtige. Meiner Meinung nach, das Wichtigste ist das. Das heißt, Problem mit dem Ablauf. Hier läuft was nicht richtig. Das bedeutet, wenn uns irgendjemand irgendetwas aufdrücken möchte, macht man eine technische Unterbrechung und sagen, das entspricht nicht unseren Regeln. Wir haben etwas anderes ausgemacht. Ich schätze dieses Zeichen besonders, weil es heißt, alle denken mit und sind wach. Noch ein sehr nützliches ist das hier. Das bedeutet, ich habe zusätzliche Informationen oder eine Ergänzung. oder eine Ergänzung. Wenn zum Beispiel jemand sagt, eine Demo ist um 13 Uhr, kann man sagen, ich weiß aus sicherer Quelle, ist um 14 Uhr. Das heißt nicht, ich möchte als Erster was dazu sagen. Achtet alle aufeinander. Weit euch nicht ins Wort. Und wir können in Riesengruppen miteinander sprechen. Gott meldet sich jemand. Malte. Ich fände es schön, wenn wir die Assemblea im Sitz weiterführen würden, dass die Zelte geschützt sind vor der Bühne, vor der Polizei sich anders überlegt und uns nicht länger und uns nicht länger hier gewähren ist. Ich weiß, es ist kalt, aber vielleicht ist ja schon jemand mit Schlafsäcken und Isomatten unterwegs. Ich würde es mir wünschen Ich würde es mir wünschen. Und ich habe Hunger. Und ich habe Hunger. Wasser haben wir gerade. Eine kurze Ansage. Eine kurze Ansage. Ihr seht hier Schilder. Ihr seht hier Schilder. Wir sind bunt. Und da stehen Stadtteile drauf. Und da stehen Stadtteile drauf. Wir haben die Idee. Wir haben die Idee. Wir haben die Idee. In den Kiezen. Occupy Gruppen zu gründen. Occupy Gruppen zu gründen. Die Motivation ist. Die Motivation ist. Warme Räume. Warme Räume. Kurze Wege. Kurze Wege. Die Zentrale Assemblea. Die Zentrale Assemblea. Und das Camp. Zu unterstützen. Wenn ihr euch. Wenn ihr euch. In den Stadtteilen verletzen möchtet. In den Stadtteilen verletzen möchtet. Dann kommt bitte zu uns. Dann kommt bitte zu uns. Und sprecht uns jetzt an. Und sprecht uns jetzt an. Vielen Dank. Ein Nachtrag noch. Wir bleiben nicht so lange hier. Sondern gehen dann später rüber ins Camp. Wer nicht weiß wo es ist. Es gibt ein Camp. Am Bundespressestrand. Am Bundespressestrand. Wenn ihr zum Hauptbahnhof. 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 Danke. Danke.